Gehen oder nicht gehen? Wie ist das jetzt eigentlich während der Periode zur gynäkologischen Vorsorge gehen? Geht das jetzt oder geht das nicht? Erfährst du alles in diesem Video. Wird dir vielleicht auch schon mal so gegangen sein, du wartest sechs, sieben Monate auf einen Termin und kaum ist der Termin da, ist auch die Periode da. Rufst bei deiner Gynäkologin an und gibst Bescheid und im blödsten Falle sagen die, nee, das geht leider nicht, tut mir leid, dann müssen sie einen neuen Termin machen und wieder wartet man sechs, sieben Monate. Aber stimmt das überhaupt? Kann man während der Periode überhaupt eine Untersuchung machen, was für Vorteile gibt es, was für Nachteile gibt es? Dem bin ich ein bisschen auf den Grund gegangen. Dass du nicht alleine bist mit dem Thema, zeigen unzählige Kommentare. Bevor ich aber zur Lösung des Problems komme, spule ich nochmal ein Stück zurück und erkläre euch eigentlich, was da passiert und warum das mit der Periode vielleicht Schwierigkeiten machen könnte. Moment. So, Abstrich. Den Abstrich machen wir Gynäkologen vom Muttermund. Das Ding brauche ich jetzt gerade mal nicht, das ist eh viel zu groß für dieses Modell. Und zwar nicht irgendwo in der Vagina blind links, sondern eben am Muttermund. Ich habe keine Ahnung, ob man den Muttermund so sehen kann. Der Muttermund ist quasi das Ende der Gebärmutter, welches in die Vagina reinragt. So, das bringt uns zu einem Problem, wenn ich da jetzt einen Abstrich machen möchte, dann sehe ich vielleicht gar nicht so richtig, wo ich den Abstrich richtigerweise mache. Denn der gehört schon relativ genau am Gebärmutterhals und am Muttermund gemacht. Nächste Problematik, die Menschen, die unter das Mikroskop schauen. So ein Abstrich wird auf einen Objektträger gemacht, wird eingeschickt und unter dem Mikroskop wird sich das Zellbild angeschaut. Diese Zellen liegen im besten Falle schön nebeneinander, sodass man Zelle pro Zelle alles ein bisschen durchmustern und angucken kann. Liegen diese Zellen zum Beispiel bei einem sehr schlechten Abstrich alle übereinander geklatscht, dann ist daraus ein riesiger Klumpatsch geworden, kann man auch nicht beurteilen. Genauso sieht es aus, wenn diese schönen Zellen, die zwar nebeneinander liegen, alle überdeckt sind mit Blutzellen, sogenannten Erythrozyten. Das macht die Auswertung eines solchen Abstriches quasi unmöglich, weil man die Zellen nicht beurteilen kann, die man eigentlich beurteilen möchte. Das ist das physiologische Problem der Laborärztin, des Laborarztes oder auch der Gynäkologen. Jetzt gibt es aber auch noch ein psychologisches Problem und das hängt damit zusammen, dass sich viele bei der Menstruation unwohl, sogar dreckig schmutzig oder auch schambehaftet fühlen. Es gibt also Frauen, die sagen, während ich meine Periode habe, möchte ich gar nicht untersucht werden. Das ist mir unangenehm. Was man ja vielleicht auch ein Stück weit verstehen kann, wenn man die letzten Jahrzehnte an Aufklärung betrachtet. Aber vielleicht mit einer modernen Aufklärung möchte ich euch sagen, ihr braucht euch für eure Periode nicht schämen und das darf ich als Gynäkologe durchaus sagen. Dann müsste man sich theoretisch auch unwohl und dreckig fühlen, wenn einem die Nase läuft. Ich habe selten hausärztliche Praxen erlebt, wo man anruft und sagt, ja, ich habe leider aber eine laufende Nase und die dann sagen, da müssen wir einen neuen Termin machen, das tut mir leid. Dabei ist das quasi auch einfach nur eine Körperflüssigkeit, genauso wie das Periodenblut eben auch nur eine Körperflüssigkeit ist mit einer sehr wichtigen Funktion, genauso wie das Naselaufen. Wobei die Periode nochmal zehnfach komplexer ist als eine laufende Nase. Was völliger Mumpitz ist und was mich sehr erbost hat, ist, dass oft auch geschrieben wurde, ja, meine Ärztin, mein Arzt sagt, dann saut man ja alles ein und alles wird dreckig. Unser gynäkologischer Stuhl ist quasi ausgelegt für solche Körperflüssigkeiten. Wir haben eine Auffangtropfschale zum Beispiel, falls man jetzt sehr stark bluten sollte. Über jedem Stuhl liegt immer so eine Papierrolle, wo das Blut dann einfach reinlaufen kann. Also da zu sagen, ja, wir sauen unser Untersuchungszimmer ein, sorry, dann hat man einfach den falschen Beruf erwählt. Aber wie sieht jetzt die Lösung des Problems aus? Das Problem gibt es im Prinzip nicht. Ja, alles das, was ich mit den überlagernden Blutzellen etc. erzählt habe, stimmt zwar so, aber immer noch benutzen die meisten Frauen als Periodenprodukt einen Tampon. Und die meisten Frauen kommen auch mit diesem Tampon ins Untersuchungszimmer und entfernen diesen erst, kurz bevor sie auf diesen Stuhl sich setzen. Das heißt, vaginal ist dort alles staubtrocken und kein einziger Erythrozyt ist zu sehen, im besten Falle. Sollte es nicht der Fall sein, hat man eine Patientin, die eine Tasse benutzt oder die ihren Tampon eine halbe Stunde vorher schon weggelassen hat, dann haben Gynäkologinnen und Gynäkologen in ihrer Praxis wahnsinnig tolle Tupfer. Das kann ein überdimensionaler Q-Tipp sein. Das können aber auch stinknormale Tupfer sein, mit denen man das Blut am Muttermund einfach wegtupfen kann und dann einen sauberen, trockenen Abstrich hat, der absolut hundertprozentig gut auswertbar ist. Natürlich gibt es Menschen, denen es während ihrer Periode Hundselend geht. Ich denke da nur an Endometriose-Patientinnen oder Patienten, die einfach eine unglaublich starke, also überstarke Blutung haben, sogenannte Hypermenorö. Klar ist, dass man sich in dem Augenblick vielleicht auch nicht imstande fühlt, sich selbst imstande fühlt, diesen gynäkologischen Termin wahrzunehmen. Das ist ja die eine Sache, ob man das möchte, kann oder will, obliegt der Patienten. Aber die Argumentation auf gynäkologischer Seite, die ist halt einfach nicht existent. Zumal der Nachteil ja überwiegt, dass ich jetzt wirklich, und so ist die Realität, 6, 7, 8 Monate wieder auf einen neuen Termin warten muss und habe in der Zwischenzeit einfach 12, 13, 14 Monate keine Früherkennungsmaßnahmen gemacht. Okay, okay, wenn man jetzt wirklich eine gynäkologische Praxis hat, die sich da sträubt, während der Periode eine Untersuchung zu machen, die Fragwürdigkeit sei ja erstmal dahingestellt, dann würde man ja mindestens überlegen, ob man die Frau nicht trotzdem einbestellt, Probleme bespricht, Verhütungsberatung zu machen, was eben so anliegt. In 6, 7, 8 Monaten ist meistens ein Thema, was gerade unter den Nägeln brennt. Oder auch zumindest zu sagen, gut, dann untersuchen wir wenigstens die Brust, dass wir wissen, in dem Kompartiment ist alles okay. Und den Abstrich, wenn das dann unbedingt wirklich zur Nichtperiodenzeit gemacht werden soll, kann man ja dann irgendwann nachholen. Auch in dem Hinblick, dass ja aktuell Ü35 diese 3-Jahres-Intervalle zwischen den Abstrichen sind, hat man da vielleicht jetzt auch nicht so ein ganz schlechtes Gefühl als Gynäkologin, als Gynäkologe und auch als Patientin. Ah, dich scheint das Thema Menstruationstasse getriggert zu haben, dann darfst du dir gerne das Video nochmal anschauen. Oder du sagst, boah, ja, Periode schon sehr intensiv, was kann ich denn dagegen tun? Und Ernährung ist ja ein großer Faktor, dann schau dir dieses Video an. Und wenn du ein ganz netter Mensch bist, dann darfst du hier unten auf den Abonnieren-Button drücken, denn dann kann ich euch helfen, euch selbst mehr zu helfen. Ihr wisst, was ich meine. Bis zum nächsten Mal.